Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 18. Spieltag mit den Predictions der Regionalka Bayern für die Saison 2024-2025. Los geht's. Heute um 13 Uhr FC Bayern München 2 gegen Wacker Burghausen. Das Ganze geht 2 zu 0 aus für den FC Bayern München 2. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 14 Uhr und um 14 Uhr TSV Buchbach unterliegt den Spielvereinigung Bayreuth 1 zu 3. TSV Abstadt gewinnt 2 zu 1 gegen 1. FC Schwein für 05. Spielvereinigung Hank of Nailing und FC Eintracht Bamberg 2010 spielen 1 zu 1 von den Schienhaus. Ebenfalls unentschieden trennen sich Wacker Burghausen und TSV Schwaben aus Augsburg aber 1 zu 1. Dann FC Würzburger Kickers schlagen die Gütze München 3 zu 1. Dann DJK 14 und FV Elatissen spielen 1 zu 1 von den Schienhausen und auch unentschieden geht die Partie aus zwischen FC Augsburg 2 und Spielvereinigung 2 oder 4 zu 2, aber 2 zu 2. So, das war es vom 18. Spieltag mit den Predictions der regionalen Bayern, Saison 24, 25 mit den Predictions. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach unten. Wenn du da vergisst kein Abo, dann nimmst du das Glöckchen, das nicht vergessen ist aktivieren, dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut geht's. Gut geht's. Servus. Gut geht's.